Musik Bangkok, ein Moloch. Die thailändische Hauptstadt ist rund um die Uhr in Bewegung. Niemand weiß genau, wie viele Menschen in der Mega-City leben. Schätzungsweise zwölf Millionen. Tendenz stark zunehmend. Bangkok hat mit massiver Umweltverschmutzung zu kämpfen. Eine dichte Wolke aus Abgasen liegt ständig über der Stadt. Abfälle verschmutzen das Land und vergiften die Gewässer. Doch die Anziehungskraft der Großstadt ist ungebrochen. Hier gibt es ganz andere Verdienstmöglichkeiten als in den abgelegenen armen Dörfern. Die Glitzerwelt der Großstadt lockt tausende junger Thai an. Sie erhoffen sich das große Glück in der sogenannten Stadt der Engel. Doch für viele endet der Traum in einem der unzähligen Slums. Diese Menschen in den Elendsvierteln liegen einem deutschen Missionar besonders am Herzen. Roland Bartholomé von der Deutschen Missionsgemeinschaft, der Einladungen für eine christliche Veranstaltung verteilt. Für ihn ist Missionsarbeit in einer Mega-City eine besondere Herausforderung. Wenn man sich so eine Mega-City vorstellt, dann hat das immer zu tun mit vielen Kulturen, vielen Nationalitäten, vielen Religionen, reich und arme Leute. Und wenn man versucht, alle Menschen zu erreichen, ist es eine große Herausforderung, einem jedem alles zu werden, wie Paulus das sagt. Aber durch unsere vielseitige Arbeit haben wir Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt. Und wir versuchen, sie zu erreichen und uns darauf einzustellen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns auf irgendeinen Bereich fokussieren können, dass wir einen Schwerpunkt finden. Menschen, mit denen wir hauptsächlich arbeiten wollen. Das sind für uns im Moment die Armen und die Jugendlichen. Bangkok ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Thailands. Hier sind die wichtigsten Verwaltungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, Paläste und über 400 buddhistische Tempelanlagen. Die grazilen Bauwerke und die goldenen Buddha-Figuren versetzen Touristen aus aller Welt in Staunen. In Thailand ist der Buddhismus häufig mit anderen Religionen vermischt. Im Land des Lächelns ist die Furcht vor Geistern weit verbreitet. Christen sind eine kleine Minderheit. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist weitgehend unbekannt. Der Umzug vom Dorf in die Großstadt bringt das Leben völlig durcheinander. Und wenn sie in die Stadt kommen, erleben sie eine völlig neue Kultur in jeder Hinsicht. Das führt dazu, dass viele Leute offen werden. Offen werden für westliche Kultur, für westliche Filme. Und ein Teil dieser westlichen Kultur ist eben auch das Christentum. Das bietet für uns Christen insgesamt eine große Chance. Die Menschen, die vom Land in die Stadt kommen, sind viele von denen, die offen sind für das Evangelium. Weil sie merken, dass ihre Traditionen, wenn sie ohne Inhalte sind, sie nicht mehr tragen. Diese Menschen suchen nach einer neuen Lebensperspektive. Das sind Einladungen für unsere Englischkurse. Wir bieten immer sieben Wochenkurse an in verschiedenen Leveln. Und da stehen einfach die wichtigsten Informationen drauf. Für mich ist das eine wunderbare Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Es geht uns zunächst einmal darum, Beziehungen zu den Menschen zu bauen. Und wir möchten ihnen nicht irgendeine Religion überstülpen, sondern es geht uns zunächst darum, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und das versuchen wir auf alle möglichen Weisen. Durch Nachbarschaftshilfe, durch ganz natürliche Kontakte im Alltag. Aber eben auch dadurch, dass wir Englischunterricht anbieten. Vor 10, 15 Jahren noch waren Christen die absolute Minderheit. Und es galt der Grundsatz, Thai sein heißt Buddhist sein. Aber innerhalb der letzten Jahre ist mehr und mehr das Bewusstsein gewachsen, dass Thailand ein Land mit unterschiedlichen Religionsgruppen ist. Es ist viel normaler geworden, auch über den christlichen Glauben zu sprechen. Zum Beispiel beim Englischunterricht. Die 27-jährige Boom hat hier zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Ich hatte im Fernsehen eine Schauspielerin gesehen, die davon erzählte, wie unglücklich sie war, obwohl sie materiell alles hatte. Dann fand sie zu Jesus. Es wurde ein Buch empfohlen über den Glauben, für das ich mich interessierte. Ich habe das Buch durchgelesen, noch am selben Tag. Am Ende des Buches wurde erklärt, wie man Jesus in sein Leben aufnehmen kann. Ich habe dann gebetet und gewartet, dass etwas passiert. Ich hatte mir vorgestellt, dass irgendein Wunder geschehen müsste. Als nichts passierte, betete ich, dass ich jemanden treffe, der mir von Gott erzählen kann. Von einer Freundin hörte ich dann von diesem Englischunterricht. Den habe ich dann auch besucht. Ich wartete auf eine Gelegenheit zum Gespräch mit Roland. Ich sagte ihm, dass mein eigentliches Ziel gar nicht der Englischunterricht war. Ich wollte Gott kennenlernen. Roland hat mich dann mit seiner Frau Astrid bekannt gemacht. Und wir haben begonnen, die Bibel zu studieren. Sie lernen eine christliche Gemeinde kennen und erleben die Gemeinschaft miteinander. Booms Alltag hat sich durch ihre Beziehung zu Jesus verändert. Ich war jemand, der sich leicht aufgeregt hat. Ich habe früher auch stark den eigenen Vorteil gesucht. Das hat sich geändert, seit ich Christ geworden bin. Am Arbeitsplatz denke ich jetzt nicht nur an mich selber, sondern auch daran, was mein Verhalten für Auswirkungen hat. Ich bin insgesamt zufriedener geworden. Boom hat den Sinn ihres Lebens gefunden. Millionen von Menschen sind noch auf der Suche und immer mehr von ihnen leben in den rasant wachsenden Großstädten der Erde. Jesus bittet seine Jünger, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Im 21. Jahrhundert ballt sich diese Welt immer mehr in den Megastädten. Musik Musik Untertitelung. BR 2018